ja den Punkt noch nicht los Tonne die Mülltonne ist die Fahrschule alter ich versuche es einfach mal, ist das weit weg? nö was halt geil wäre, da steht ein Truck wäre halt auch so Fahrräder am Anfang ja, das meinte ich anrufen, auflegen 119 ich bin jetzt auch da wartet mal kurz oh Handy scheiße ich komm da nicht rein muss Enter drücken ah ne da war so eine scheiß Mauer warte hier ist ein guter Ort neu anzufangen auch wenn ich nicht weiß wo ich bin vielleicht Leute ich und meine Freunde wollen ein Führerschein hey, rufst du jetzt an oder was? ja, ähm, kannst du vielleicht ganz kurz das Licht an machen? Juli! was? lol lol ich kanns nicht hä hey, warum rufst du mit dem Handy an? ok, da kann ich ihnen helfen wo befindst du? im Fahrschulgebäude ich telefoniere grad mit dem Lehrer im Fahrschulgebäude schreibt nur zusammen im Fahrschul sei ruhig nach meiner Grammatik ist es aber richtig lol das Licht ist ja auch mega geil ok richtig Porno ey guck mal, wacht mal schrägstrich Handy das Licht ich hände sie Handy ja und dann ja, sieh, sieh, was man damit da machen kann ich muss euch mal als Freunde adden Freundeslichte auswählen was habt ihr denn für eine Nummer? Kann man das da irgendwie nachdenken? keine Ahnung Akku aufladen? mit der Briefübersicht? was zu... geben sie die Telefonnummer des Spielers ein, Patti, ich brauch deine Nummer ja, keine Ahnung, ich mach sie nicht mal gib einfach mal warte gib mal gib mal gib mal ach so, man braucht ein Telefonbuch ja, ich denk mal 40 oder? die Nummer, wo bei dir drüber steht nein, 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 nein das ist nicht das da das ist die ID mach einfach 40 nein mach 40 Junge, ich hab jemanden angerufen, der hatte 119 lol oh, da ist jemand da oh ne Frau guten Tag, meine Herren wie schreibt man denn nochmal? mit T was? hallo ja hallo fügt hinzu fügt hinzu hallo setzen sie sich bitte mit Slash Seed hallo 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 4 5 5 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 Ok, was müssen wir jetzt Warte Ok, der Führerschein kostet 1 Ähm Frag du mal wie man Geld bekommt Hey steht bei euch, dass ihr auf dem Club Bar 1.0 sitzt? Nein Über der Map links Nein Welche Map? Da steht bei mir Klapper Das ist das Handy Ben Waren sie schon in der Stadthalle? Es gibt eine Stadthalle Jo Jo Hallo Da müssen wir jetzt wieder hinlaufen Junge Hey Juli Hi Hey Jampa hin hocken Warte Warte Ich will mich jetzt in den Stuhl reinsetzen In den Stuhl Warte Warte Ich will mich jetzt in den Stuhl reinsetzen In den Stuhl Warte 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 Wieder drauf Ja Ja Wie stehe ich denn auf? Ente Ich setze vorne Erstmal, lol. Mein Kopf! Ey Juli! Seht ihr das auch so scheiße? Nein. Lol, warte. Ey Juli! Wie viel Geld habt ihr denn gerade? Minus 150! 800. Minus 150. Wie geil. Wie habt ihr beiden das denn schon geschafft? Was ist 7MV? Nach dem ersten Einloggen Relog gemacht. Schreibt es nicht! Ja, so. Wieso? Du wirst wissen! Wie sieht man nur so'n Scheiß? Du mir Fotze da. Hörst mal! Hörst mal! Hörst mal! Hörst mal gegen das Polizei, oder? Oh, hier ist ein Pranespray! Nee Werkstatt. Lol! Na beim Server! Ja! Ja! Wie habt ihr denn geschafft, Minus 150 zu bekommen? Hier wohl... Angeln! Ja! Oh, geil! Jawoll! Geilo! Hörst mal! Hehehe! Falt ihn mir so! Wir... freuen... uns... schon! und ja wenn ich mir das hätte kommen nicht auf Tee ich bin mit dem Ende der Vorwärtssäge ich habe immer mehr nein mein Gott ist auf T um auf Ente als Ente gechillt ist spielst du mit Maus oder was ich bin ich mit Feinheit für die falsche frage ich mein Gott mit Feinderszen zu spielen alte hier ist Prozent an alle verfügbaren Einheiten der Donutladen wird überfallen Achtung aber sind sie nicht im Leben hier drin oder jawohl Heizdruck ausspringen mit Fortschritt langsame ein ich glaube ich habe das war erst mal die Zusammenschläge in der Hälfte nicht machen aber wir gehen an diese Schlaufe so schwul guck mal wie wir laufen die Behinderungen ich gebe mal ein Slash Angeln die Welt geht nicht geht nicht du bist nicht hier das geht hier oben nicht die Warte verfolgt er folgt mir es gibt Lust da unten hier wo hier echt jetzt angeln nein hä lol Paddy gehts bei dir nein nein ich bin es mal ach so ah jetzt du hast einen Thunfisch gefangen jawohl hä ach du hast eine Jacke geangelt was was du hast du hast einen blauen Marlin gefangen dein Rekord mehr ach so ok ich bin es mal 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 ich bin es mal